Stehen Frauen auf Dirty Talk? Diese Frage habe ich hier von euch bekommen und gerne stellst du mir auch deine Frage hier unten in die Kommentare jedenfalls werde ich das jetzt hier mal so ein bisschen aus Frauensicht beantworten und dir auch sagen was jetzt daran der ganze Trick ist und wie du eben hier in die Umsetzung kommst. Ja also natürlich mögen Frauen Dirty Talk und natürlich wenn du dir die Fantasien von Frauen anschaust vielleicht sage ich dir auch ein Geheimnis aber es ist allseits bekannt seit einigen Jahrzehnten dass die Fantasien viel hemmungsloser sind als die von Männern weil eben dahinter immer wieder die Idee steht dass etwas Geheimnisvolles passiert wo die Frau sozusagen nicht weiß und keine Kontrolle hat und sozusagen sich aus gerne ausliefert ausgeliefert fühlt aber natürlich nicht mit jedem Mann sondern mit dem man dem sie sich eröffnet das ist ja vielleicht so für dich auch eine Auszeichnung wenn sie sich öffnet das heißt du darfst dir diese Öffnung ja auch verdienen könnten wir sagen oder die Öffnung herstellen weil die ist nicht automatisch offen und was braucht sie denn dafür ja also oftmals ist es doch so dass wenn der Mann eben erregt ist also ich sage jetzt erstmal was was sie nicht braucht wenn er erregt ist und dann irgendwas total hemmungsloses sagt wie zum Beispiel ja bück dich oder zieh dich aus und sie vielleicht in dem Zustand wo sie schon so total erregt ist dann macht sie die Sachen vielleicht am Anfang der Beziehung macht sie die Sachen aber je länger ihr zusammen seid macht sie diese ganzen Dinge eben nicht mehr weil ihr der Ton sozusagen zu rau zu raff ist ja also das ist zu hart so und das ist sozusagen hier der Grund warum Frauen offensichtlich scheinend Dirty Talk nicht mögen ja weil der Mann zu dolle ansetzt weil er zu hart mit ihr spricht und sie sich nicht öffnen kann oder sich nicht wertgeschätzt fühlt weil sie eben dann nicht das Gefühl von Liebe und Exklusivität hat mit dir und das ist auch der Grund warum wenn du jetzt einfach nur so One-Night-Stands hast oder was weiß ich irgendwelchen Sex-Clubs bist und das dann tust da geht es ja nicht um Liebe sondern geht es um diesen sexuellen Ausdruck und den Spaß dabei und dann kann man da alles mögliche aushalten als Frau und mitmachen ja aber das ist dann im Rahmen dieses Settings aber von meinem Liebsten erwarte oder wünsche ich mir natürlich eine Herz-zu-Herz-Verbindung und eine Nähe und dass er mich auffängt und dass er auch fürsorglich ist das heißt wenn die Frau sozusagen mit dir jetzt als Partner wenn sie dann eben anlehnungsbedürftiger weicher ist und vorsichtiger ist dann ist das eigentlich ein Zeichen von Vertrauen und nicht davon dass sie eben dich nicht wollte sondern es gilt sozusagen jetzt hier natürlich auf Frauenseite kannst du sagen ja die Frau darf sich wieder diesem Hemmungslosen öffnen ja und auf Männerseite kannst du eben lernen wie du eben sprichst sprich wie du sie mitnimmst und dafür darfst du eben erstmal lernen überhaupt dich beim Liebesspiel auch auszudrücken so und dann gibt es einen wunderbaren Trick oder eine Brücke die ich hier meinen Männern mit denen ich arbeite auch immer mitgebe stell dir einfach vor du führst Selbstgespräche ja also das wäre so ein mega mega Trick stell dir vor du führst ein Selbstgespräch und zwar in zwei Wortsätzen wie schön ja gib mir mehr davon ich liebe das ja also mach kurze Sätze und sage sie nicht dass sie etwas darauf sagen muss sondern sage sie so als würdest du es einfach nur kommentieren in deinem Kopf aber halt laut verstehst du so und dann gibt es eben eine also gibt es verschiedene Phasen die jede Frau durchlaufen muss um dieses um sich zu öffnen für dieses völlig hemmungslose Sprechen so aber dafür darfst du ja lernen ja auch mit einer verführerischen tiefen Stimme einer selbstbewussten und erotischen Stimme zu sprechen so und auch da hat es ja bei den meisten Männern oder ich sag mal bei 70-75% der Männer ist es eben schwierig weil sie gar nicht ähm wissen wie sie über die Stimme Erotik herstellen können so und das ist ja etwas das musst du nicht auf Erotik beschränken sondern du kannst auch sagen ja wie kann ich meine Stimme liebevoller klingen lassen kann ich meine Stimme im Alltag liebevoller ähm sprechen lassen wie kann ich liebevoller mich ausdrücken im Gespräch ja mit ihr aber auch mit jedem anderen Menschen zum Beispiel wenn ich Hallo sage dass ich oder Guten Morgen sage dass sich das freundlich anhört und liebevoll ich meine da können wir Deutschen glaube ich oder alle die Deutsch sprechen ganz viel dazu lernen ähm ich habe mal eine längere Zeit in Tschechien verbracht nur so als Beispiel da reden die alle so liebevoll miteinander da ist der ganze Sprachduktus ist wie ein Zwitschern ja und die sind ganz liebevoll miteinander so und unsere Sprache ist eben härter und deswegen können wir wenn wir jetzt so bewusster sprechen im Alltag und du auch wenn du deiner Frau zum Beispiel sagst na wie war dein Tag ja dass sich das liebevoll anhört und offenherzig und nicht giftig und sarkastisch oder hart und ja dein Tag war sowieso wie die ganze Zeit immer schon jeden Tag ja machst du mir was vor was soll das denn hier wenn du so mit deiner Frau sprichst dann sagst du dann na wie war es war es schon wieder so wie gestern so keine Ahnung was du jetzt da sagst ja dann ähm wie willst du wenn du so hart mit ihr sprichst wie willst du denn im Bett dann liebevoll mit ihr sprechen also schwierig also mache deine Hausaufgaben ansonsten es gibt eben jetzt hier nochmal zum Dirty Talk es gibt 5 Phasen die du nacheinander mit deiner Partnerin durchlaufen solltest und jede Phase dauert eben mindestens 3 bis 5 mal Sex und dann steigerst du diese Phasen erst so und die Phasen kannst du lernen am Anfang die Phase 1 ist eben die beschönigende Liebessprache wo du ganz liebevoll sprichst so und dann wird es sozusagen von Phase zu Phase hemmungsloser und das zeige ich dir hier in meinem Kurs Sprache der Führung ich verlinke den auch gerne hier unten da kannst du lernen wie du eben mit ihr hemmungslos und leidenschaftlich sprichst du lernst auch ganz viel darüber hinaus noch über das Liebesleben der Frau und die Erregung und die sag ich jetzt mal Faszination an dieser an diesen wilden Fantasien lernst du ganz viel du kriegst auch noch am Ende ein ein Skript so eine Art Skript wie du halt das planst was du da alles so vorhast damit du dich nicht verlauter Gedanken da verhedderst und nicht mehr weißt wo du jetzt wo du gerade warst und wo du noch hin willst so also in diesem Sinne schau dir das mal an und dann übe das wirklich im Alltag liebevoll zu sprechen und wirklich über deine Stimmlage Stimmklang Wohlgefühl herzustellen ja weil wenn du etwas sagst und so sprichst dass die Leute dir gerne zuhören dann ist es eine ganz andere Kraft ja als wenn du noch mal giftig oder meckerig ja vor dich hin grummelst in diesem Sinne bis bald 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 bis bald